Wir haben erstmal vielen Dank für den netten Empfang. Ich meine, ich brauche euch ein bisschen sagen, was es für uns bedeutet, diesen Tag gemeinsam mit euch zu feiern. Das ist ein ganz besonderer Event und der ziemlich tief reingeht. Deshalb will ich jetzt gar nicht anfangen, groß los zu quatschen, sondern gleich zum nächsten Lied kommen. Will die Jungs! 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 Will die Jungs! 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 Jungs!